Musik 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 Wir haben mittlerweile unser Zimmer in Greinau bezogen und sind jetzt nach Mittenwald gefahren und da gehen wir jetzt zur Leutasche Geisterklamm, die hoffen, dass das Wetter gut bleibt. Ein paar Tropfen haben wir schon abbekommen, aber es soll besser werden. Den ersten kleinen Anstieg haben wir schon geschafft. Man hört das erste Rauschen vom Wasser. Wir sind gespannt. 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 Wir haben die Leutasche Glamm hinter uns und sind jetzt am Weg zur Ederkanzel. Vom Wetter her könnte man echt belohnt werden. Ich glaube, es reißt jetzt auf. Wir sind gespannt. 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 Sny nor ist das unten. Abge spir45. Ex Phänomeni. Wir sind gespannt. Manchmal orientiert es sich einfach los zu gehen, auch wenn das Wetter nicht so gut ist, oder? Das stimmt. Also, bis morgen. Bis morgen. Ciao.